um so und mit die Kuh ich bin sicher die Klinik wo ich es wird und stimmt so was haben wir heute auf dem Plan äh ja da hat's nicht so viel genau Bonnie bla 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 ah genau jetzt ist was mit Chica äh sie hat Motorprobleme und äh der Arm und der Cupcake okay das ist ein bisschen kaputt das Ding if by no shanks wieder wohl aktiv sing one äh ok Chica setzt defekt schützt hast du glaubst ne Taschenhandel so oh Chica ist weg hallo ok muss ich mich jetzt bisschen voreilen oh äh hallo ey ja der geht's nicht ganz gut direkt alles ausschalten nicht noch hier warten oder da ist was ich machen muss boi 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 plus aber Bonnie ist auch aktiv der Max nicht angeleuchtet zu werden Ok. Bui. Hallo. Wie später machst du denn? 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 6. 6. 7. 7. 8. 11. 11. 12. 13. 14. 14. 15. 15. 14. 15. 16. 16. ok die hat sich bewegt Strom geht aus Strom geht leer Problem wäre nicht genau wie spät wir es haben eigentlich das Problem oh mein Gott sie wollen mich schon wieder sie wollen mich schon wieder ich habe jetzt leider keinen Hintergrund wie sie in diesem Game kommen sie auch in dem Hintergrund vielleicht schneide ich was drunter wir werden ja auch nicht wenn die Stimme hat ja die ist aktiv die will die muss wissen ich kommt nicht Barney oh komm 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 ich habe es geschafft alles gut zwischen uns ich gehe einfach ganz schnell ganz schnell weg ganz schnell ganz schnell ganz schnell danke 12 a.m. 9 4 5 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 6 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 14 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 11 12 13 13 14 15 15 15 ich sehe kurz ins büro und guck mal redig scheint nicht aktiv zu werden nach beginnen wir schon mal ganz alles aus einfach schicker ist die nacht wieder aktiv aber noch schrott das ding musste man es eigentlich ausgerechnet genau neben dem büro park das ding ohne spaß auch woanders hinpacken können die campagne sind wieder die probleme die nacht doch genau hin und bonnie kommt hier 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 schicker zurück hier 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 Okay, aber Freddy sollte nicht angreifen, es gibt nämlich keine Tipps, wie man für die abwehrt. Es ist eigentlich nur da wahrscheinlich, für die fünfte Nacht und für den Jumpscare, wenn es Energie ausgeht. Okay, oh, er funktioniert auch mal. Ich mag dich nicht, sagen wir schon mal von Anfang an zu. Power aus, Nachtbeginn. Mal auf Chica achten. Das sieht halt einfach gar nix in dem Game. Das ist schlimm. Die Runden gehen halt zum Glück nur ein paar Minuten. Das heißt, wird ja nicht zu schwer werden. Ab 1 Uhr wird das Ding aktiv. Ja, 1 Uhr. Ja, ab jetzt mal aufpassen. Ich glaube Chica ist das Hauptproblem in der Nacht. Bonny wird man kaum zu Gesicht bekommen wieder. Oh Gott. Ich kann hier für Arzt-Satz-Patrien für die Taschenlabel mitnehmen. Ja, wird die ganze Zeit aktiv. 2 Uhr. Ich will sich Bonny gleich wieder auf dem Weg machen. Ich will sogar Bonny. Okay. Ich würde selbst auch gleich nochmal kommen. Wäre ja lame, wenn die vierte Nacht noch was Chica besteht. Und extrem Stromproblem. Das sollte man mal ein bisschen was regeln hier. Ja, Strom ist schon alle bevor die Nacht begonnen hat, so gefüllt. Aber komm, hoffentlich geht die Nacht schnell vorbei. Die Nacht geht nur 3 Minuten oder so. Huh. Kann da wer anders noch? Kann da Bonny? Ne. Bonny ist nicht so aktiv. Der hat heute keinen Bock. Ja, Bonny. Chica, Chica will die ganze Zeit die fürs wissen. Bonny hat ja gar keinen Bock. Schwierig. Chica wieder nix. Keiner wie spät sie ist. Bonny höre ich nicht. Da kommt die noch nicht. Bleibst du da? Die bleibt da. Danke für die du 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 bist der einzige Sympathische. Okay. Nacht 5. Machen wir in der nächsten Folge. Jo. Ich hoffe die Folge hat euch dir erst mal gefallen. Und tschüss. Abonniert, Liken, was weiß ich. Macht einfach. Tschüss. Natürlich und Falls. Aber ich kann meine Töte anfangen. Zuניin. isce. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020